So, ich habe eine Mission gekauft. So, eine kämpferische Kreuzfahrt gegen eine abscheuliche Armada. Let's do this. Nicht vorschlagen, wo unten. Abscheuliche, vielleicht jetzt in Plunder Valley, okay. Die Schmerzen im Flucht. Die Schmerzen im Teich. Sprech im Flucht. Die Schmerzen im Flucht. Beside Böckung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, sind das viele Schiffe, are you kidding me? Zwo, vier, fünf, sechs, sechs Schiffe Und es kommt ja noch Bossfights Ja, das sind doch immer so Dreiergruppen, die Schiffe Yeah, 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 yeah Aber ich weiß ja schon, die sind nicht so schwer Also jedenfalls ist man Also die normalen Schiffe, die braucht man glaube ich nur dreimal treffen Sehen eigentlich nur wir die jetzt oder auch die anderen? Ich glaube auch andere, I don't know Wir müssen jetzt nur gut manövrieren Und die Schüsse müssen, ja, sitzen Wie gesagt, ich glaube die normalen Schiffe, also ohne die leuchtende Flagge Wir brauchen glaube ich nur drei Schüsse Und das ist doch gar nicht so schwer Ja, ich glaube die Licoke Ja, ja, ich glaube die Licoke Ja, ich glaube die Licoke Ja, ich glaube die Licoke Warte mal vor uns. Oh, da kommen ja gleich zwei angerast. Oh my God, okay. Let's do this. Eigentlich war es wie das Schiff so, wie damals in den drei Ecken da, weißt du? Ja, 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 ja. Let's go. Oh, die schießen ja schon. Ja, na klar schießen die schon. Oh, ein mega lag. Schön getroffen. Einen noch. Nice. Ah, drei Treffen, dann sind sie weg. Ja, ja, genau, das meinte ich, das meinte ich. So, wir nehmen uns, wir nehmen den jetzt vor uns, vor uns, weil sonst sind wir hier in der Klemme. Wir haben jetzt drei rechts, einen vor uns. Äh, Kanone rechts. Let's go. Don't mess with the three-toe-screw eye. Das ist egal, die explodieren nach der Zeit. Das lenken. Oh my God, das sind zu viele. Oh, 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 oh. Die sind zu weit oben, glaube ich. Na, geht noch. Uh, nice. Oh. Mann, erschreckt mich doch mal. Alter, da kommt wieder drei Stück, ne? Ne, die verschwinden. Ich weiß nicht, was das immer heißt. Die sind abgehauen jetzt, guck mal, die sind weg. Oh. Oh. Oh, hinter uns rechts. Boss time, baby. Als erstes die leichten Schiffe weg, dann das mit den leuchtenden Segeln, ne? Also, ihr wisst, welches das leichte ist. Das siehst du, das siehst du. Die leichten sind die ohne leuchtenden Segel, halt die wie eben gerade. Also, die mit den zerrissenen Segel, ja? Ja, also, wie gesagt, die wie eben gerade, ne? Die mit den leuchtenden Segel, siehst du, das ist das mittlere Schiff, halt. Das ist ja die Flameheart, oder was, I don't know. Oh, 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 oh. Der trifft. Genau in meine Fresse, genau in meine Fresse. Jetzt bräuchten wir echt zwei Kanonen auf rechts, ne? Ich will auch mitballern. Ich will sowas von mitballern. Holy shit. Okay, der ist down. Nice. Oh! Ach, vor uns. Das mit den nicht zerfetzten Nägeln. Okay, 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 okay. I see. Äh, ich biete jetzt ab. Fahr mal rechts weiter dazwischen. Das war zu spät. Let's go! Jetzt lernst du das kennen. Bitte rein in den Spaß! Oh my fucking god. So, jetzt muss ich nur vorsichtig sein wegen Fässer-Drop. Sollte aber funken. Nice. Was war's? Ja. GG. Super gut geschossen, Mr. Joker. Also, super gut geschossen diesmal. Holy shit. Muss man ja mal sagen. Hui, das stimmt glaube ich. So viele Schäden. Vorher nichts, wir müssen noch einmal um die Insel rumfahren. Nee, schwimmt noch mehr Ludo überall. ... 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 To ... ... ... Schiffe Platz zu machen und direkt gucken, ob du ein Crate findest. Wenn wir eins finden, sofort zu dem Crate fahren und holen. Alright? Wie der erstmal trifft gleich direkt mit dem Scheißfeuer mit dem Arm. What? Are you kidding me? Ich... What the fuck? Hehehehe Hey, da ist gar keiner an Bord. Ahoi, buddy! Ahoi! Can you hear me? I... Vor uns, vor uns, vor uns, vor uns, vor uns, vor uns, vor... Du, 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 du... Ich wollte gerade sagen, fahr zwischendurch. Ne, dann wären wir ja gekesselt worden. Dann hätten wir ja... Mega Brawl-Seite. So, ich biebel links ab. Oh, warte noch, warte noch! Oh, die Explosion! Egal. Oh, nice! Haben wir ein Crate? Haben wir ein Crate? Haben wir ein Crate? Die Schiffe... Wo sind die Schiffe jetzt alle hin? Äh... Boss? Warte, maybe Boss? Aber jetzt schon? Das wäre krass. Ja, aber hinter uns sind Crates. Okay, warte, ich dreh. Ah, der Boss kommt schon. Mach Vollgas, wir fahren an der Insel vorbei. Mach Vollgas. Vollgas. Erroll. Wir fahren jetzt richtig schön scharf an der Insel vorbei. Du kannst dann die rechte Kanone für das erste linke Schiff quasi nehmen. Müsste passen, müsste alles passen, alles gut. Müsste passen, müsste alles passen, alles gut. Eine noch. Let's go. Ach, zu tief, zu kurz. Komm, 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 komm! Was? Hä? Der hat doch getroffen, oder nicht? What the hell? Der fliegt vorbei! Jawoll. Der ist weg. GG. Ich biete ein bisschen links, dass wir den jetzt im Kreis... Oh, der gibt auf jeden Fall Loot. Hinter. Die ist hinter uns links jetzt. Beziehungsweise jetzt links von der Insel, sag ich mal so. Boah, da ist jede Menge Loot! Also, ich bleib so erstmal. Ich biege ungefähr jetzt nach links. Nice. Da ist die Explosion... Nice! GG! Jetzt kommt die Schaluppe, jetzt müssen wir aufpassen, ne? Die ist jetzt genau rechts neben uns. Ne, nehm die rechte. Weil ich fahr extra so, damit der uns jetzt hier nicht... Weil ich mit dem Sack lege. Oh, da kommt auch noch einer Dings. Okay, warte, ich nehm, ich nehm, ich nehm. Boah, der Arm hat noch keinen Loot, ne? Der schnappt sich die Fässer, der Idiot! Hihi! Ist das geil. Hä, warum fahren wir eigentlich noch? Warte mal, warte mal. Boah, das Segel war noch oben. Äh, ein Stückchen unten. Verdammt, sorry. My bad. My fucking bad. Ganz ruhig, Mr. Joker, ganz ruhig. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Alter. Ach, weißt du was, ich probiere mal. Rechts. Oh, mal ein paar lucky Schatz. Ich will auch mal ein bisschen schießen. Das ist was sie gesagt. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. So, und ich biege direkt rechts ab. Und ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Oh, was, das ist so... Wow. Feuer. Der Käpt'n brennt. Warte, ich muss nicht wo. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was, Sir? aber stark eigentlich ja ich war gerade am essen sorry ich musste gerade was jetzt haben wir genau auf die drei davon hinzu das ist gar nö alles gut bis die ansehen guck mal fahrt war der mich so oder fahrt war der mich zwischen die durch rechts rechts mit dem dunklen segel ist der haupt deswegen müssen wir eigentlich erst die linken machen ich muss nur aufpassen dass ich nicht direkt hinter den eierköppen fahren zwischen den sechs schiffen da kommt ja noch eins direkt vor uns das habe ich ja gar nicht gesehen hat die schaluppen ist gerade gegen die insel gebächt wenn sie und er hat er hat das wieder die pro mei gar in my face aber warte mal hier sind jetzt zwei schaluppen eines ist hinter uns rechts und eine vor uns die brennt warum sind jetzt die zwei schaluppen viel hat er nicht mehr zu melden und durch uns geflogen okay so warte ich fahr vor die und biege einfach links ab und zwar genau eine hilfe braucht sachen habe ich gelöscht dann geht er freut mich dich fährst du vielleicht hier machen wir noch ein loch naja weißt du trotz so viel schleim in den ohren höre ich die ganze kacke noch das ist gegel hoch schnell wir drehen um bevor nämlich der dreht haben wir unseren lüt let's go was für sich kommen wir lassen ihnen ein zwei sachen im wasser wo dies savor this while you can until we meet again we meet again mr flavhart i we meet again mr flavhart i we meet again mr w w w w w Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020